Ich glaube es ist dann suboptimal. Es ist suboptimal wenn ich auf den zweiten Monitor klicke, dass ich dann rausfliege. Also kommst du jetzt zu welchem Team? Ich weiß es nicht. Weil ich habe jetzt vollen Bot-Modus reingenommen. Bist du bei der UDSSR? Ne, ich bin immer noch bei den Amerikanern. Ne, sind wir aber da drüben ein Spieler mehr als bei der UDSSR. Was ist? Sind wir aber bei den UDSSR, wenn ich zu dir gehe, sind wir UDSSR ein Spieler, USA ein Spieler mehr. Zwei Spieler mehr. So, jetzt nicht mehr. Da musst du noch einen bei der UDSSR setzen. Verstärkung ist unterwegs! Gut. Ne, erstmal muss ich wissen was du machen möchtest. Ich weiß es noch nicht. Infanterie überlege ich mir gerade. Oder Lufteinheiten. Dann schalte ich bitte. Wir sind in Bereitschaft weitere Einheiten zu schicken. Okay, dann muss ich das wieder umhören. So. Rennen nach Hause zu machen. Oh, jetzt ausgerechnet ich in den Teams. Ich mag diese Sprüchen. Acht gegen acht. So scheiße ist einfach so schlimm wie ein Wargame. Äh. Aber die Kali macht so ziemlich fast gar nichts. Wir schicken jetzt Verstärkung! Ist das so leichter? Hä? Bei zwei Monitoren ist das natürlich ziemlich Generalsfeeling hier. Auf einem Monitor habe ich ja immer die Ultra-Überblick. Die Brücke ist gesichert. Ihre Verstärkung ist eingetroffen. Ist die Teile einhalten kann man noch nicht? Weil die gerade erst angekommen ist. Untere Seite hält die Nordfarm. Aha. Also jetzt hat der Gegner auch Luft anhalten. Ja, ich hab mal Luft anhalten. Ich hab hier die Pappen gemacht. Die Leichten, die Leichten, die Leichten, sondern die Mittleren. Hier davon habe ich zwei. Ja, die können, die haben halt die Luft vergeben. Die schweren dann an die Luft. Wir haben aber auch Maschinengewehre. Oh scheiße, die haben aber auch Luft abwehren. Ja. Ja. Wir auch. Deswegen bin ich hier jetzt nicht entlang gefahren. Weil hier will ich sterben. Mit dem Panzer. Die Panzer kontrollieren gleich, wenn ich zu den Kappellern werde. Komm. Gib zu. Ich hab's mal Luft, ey. Sie haben Verluste. Ja. Wir haben die Starkbahn erobert. Wow. Die K.E. benutzt. Wow. Ja. Hat dem Panzer da drüben so auch nicht so gut. Oh scheiße. Vergesst aber auch gerne die Spezialfähigkeiten, weil ich einfach überhaupt kein Markenmanagement-Spieler bin. Designed bei der Raketen, HAH, sind eine wichtige Spezialfähigkeit für die Luft. Hellfire-Rakete auch. Wie sehen wir das doch? Oh nein. Nein, nicht die Higgis. Oh. Ja. Ist in die Hose gegangen. Guckt. Ja. Bei mir auch. Rechnen Sie schon bald mit neuen Einheiten. Und natürlich hab ich meinen leichten Schweren vergessen. Ich wünsche mir, du solltest... Ich wünsche mir, du solltest... Ich wünsche mir, du solltest... Äh... Als Henni solltest du immer, äh, Dingens haben. Ähm... Du hast einen Spotter. Der ist abgeschossen worden. Der ist abgeschossen worden. Stimmt, bei Spezialfähigkeiten haben wir hier auch noch. Die Verstärkung ist da. Du bekommst, die ein TR hat sich gejagt über die Brücke hinaus. Ich hab's gemerkt. Wir haben die Starkbahn verloren. Korrigiere Richtung, Sir. Ja, ja, unser Atelier macht Eilers kaputt. Find ich gut. Wir sind bereit, eine weitere Verstärkung. Ach, Mann. Warum ist hier entgegen? Weiß ich nicht. Die Brücke ist gesichert. Äh, komm ich vielleicht über die Flanke? Wir haben die Starkbahn erobert. Äh, an denen ihre Atelier liegen. Abgefeuert. Solo neun Ende. Ihre Verstärkung ist bereit. Kobra ist bereit zuzuschlagen, Sir. Ziel gesichtet, Kölfer. Wir haben freie Schussbahnen. Kobra sicherheitlich durchgeschwindig die Flieger sind hier. So, jetzt könnt ihr nichts mehr gegen mich machen. Wir haben die Starkbahn verloren. Ich hätte, glaub ich, nicht alle auf einmal machen sollen. So, das ist mein Plan. Wenn du ganz hinten auf die Gegnerseite bist. Das ist mein Plan. Nein, die wird nie, die wird nie zerstören. Zu spät. Wir haben die Starkbahn erobert. Späh-Uklizier, Szene wird anvisiert. Artei wurde neuer. Sie wird in schwerer Kampfleiter angreifen. Ach, das ist blind... Das übersetzt, blindgranaten sind flares. Schnell, benutzt die... Genau, was benutzen die Soldaten? Was benutzen die Soldaten, wenn die ausstürmen? Blendgranaten. Nein, flares. Ja, aber die müssen ja auch was sehen können, ne? Oh, Luftabwehr. Die kannst du mal erledigen. Wir haben Verluste. Wir haben Verluste. Haben wir gar nicht. Wir haben nur von der Brücke vertrieben. Rechnen Sie schon bald mit neuen Einheiten. Aber ich bin grad durch ein Fantasietfeld gefahren. Schade, dass man nicht überfahren kann. Ja, Luftabwehrjagd nicht. Ja, aber auf der Gegenseite. Das ist typisch. Ihre neuen Einheiten sind kampfbereit. Äh, Moment. Die Brücke ist gesichert. Was ist? Ich will mal dafür sorgen, dass hier nicht mehr ganz so viele feindliche Einheiten sind. Mörserangriff ist unterwegs. Schneller der Sound. Previous Sound. Recher. Weiter so. Sie gewinnen. Wir sind bereit, eine... Ah, genau. Genau nicht. Womit habe ich das gemacht? Auch. Ah, ich hab's raus. Oh scheiße. Ja, äh, die sind jetzt um meine schweren Panzer aufmerksam geworden. Natürlich warten die, bis der Raum weg ist. Okay, ein Pass mit dem Hubschrauber geht's auch. Ich frage mich, kann man sich so viele leichte Panzer kaufen, wie man nur möchte? Äh, das hab ich mir vorhin auch gefragt. Wäre lustig. Versuch's mal. Einfach mit, äh, Hubschrauber, mit gleichem Panzer nie wieder zerren. Sind sie ja nicht mehr gelohnt. Ah ja. Dieser scheiß Hubschrauber, ähm. Ja, diese beiden scheiß Hubschrauber. Ich meine nicht Hubschrauber, der MDC, der man in die Dach hat. Der meint. Hubschrauber beschießt. Also, bei mir ist das Problem... Ah, in der Endkrieg sind die weg. Ähm. Warum werde ich geschossen? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht werde ich grad von der eigenen KI beschossen. Okay. Wurde ich eigentlich auch. Was soll das? Ich sollte erst auf Klerer schicken und dann den Angriff anfordern. Das wäre eine gute Kausala zusammen. Aber ich glaub, das sitzt ganz gut. Die Flagge ist weg. Oh ja... Kann ich ja runtersehen? Oh ja... Wurschrauber ist bereit. Positiv sah, feier, hell, feier ab! Wow. Das war jetzt mal artlöcke. was was ist eigentlich hier bei der brücke los was für jetzt mein ernst das war das hier das wusste ich jetzt nicht gespielt da steht übrigens artillerie jede menge flug abwehr der panzer oder ich mache es einfach selber ok du hast mich genau im richtigen moment gesagt dass ich angreifen sollte ansonsten hätte das eine vorbeifliegende flugzeug alles zerstört ja genauso wie die infanterie von unserem freund gerade in meiner a10 das macht die kai da überhaupt fährt die einfach vorbei weiß ich nicht woher kommt der ganze oh wir gewinnen wieder ja soll ich mal schwere kai einfach war das die normale das war normal er werden auf unserer seite auch kalt die bau die mauer ok diesmal bin ich der flugzeug man soll ich panzer machen ok